Frankenschau aktuell, willkommen in der neuen Woche. Und da kümmern wir uns erstmal um unsere Automobilindustrie. Der Umstieg auf die Elektromobilität gefährdet nach der Analyse einer Expertenkommission hunderttausende Jobs in der Branche. Bis 2030 rechnet die von der Bundesregierung eingesetzte Arbeitsgruppe mit einem erheblichen Beschäftigungsrückgang, wenn der Importbedarf für Batteriezellen und Elektrofahrzeuge weiter steigt. Zulieferer aus Oberfranken sind heute nach einem Brandbrief an Wirtschaftsminister Altmaier nach Berlin gereist. Eine historische Fehlentscheidung. Diesen Vorwurf musste sich Siemens-Chef Joe Kaeser gefallen lassen nach einem Gespräch mit Klimaaktivisten. Kaeser hatte ja gestern Abend mitgeteilt, dass der Konzern an einem gigantischen Kohleförderprojekt in Australien festhält. Der Konzern müsse sich an seine Verpflichtungen halten, so die Begründung. Die Fridays-for-Future-Bewegung hat sofort reagiert und zu Protesten aufgerufen. Seit über 100 Jahren gibt es den Freistaat Bayern und fast genauso lange mittlerweile eine Institution, die heute ihr Jubiläum in der Stadthalle Fürth gefeiert hat. Der Bayerische Es ist eine Einrichtung, die sich inzwischen rumgesprochen hat. In der kalten Jahreszeit öffnet die Nürnberger Vesperkirche wieder für sechs Wochen, um Bedürftigen für den symbolischen Preis von einem Euro eine warme Mahlzeit zu servieren. Aber damit ist es noch nicht getan. Die Angebote in der Gustav-Adolf-Kirche und Drumherum reichen vom bunten Kulturprogramm bis hin zum Bewerbungstraining oder einem neuen Haarschnitt. Gestern Abend ist sie zu Ende gegangen. Bayerns größte Vogelzählaktion, die Stunde der Wintervögel. Der Landesbund für Vogelschutz erhofft sich dadurch Erkenntnisse über den heimischen Vogelbestand. Nach wie vor am häufigsten ist der Spatz bei uns anzutreffen. Danach kommen dann Kohlmeise und Feldsperling. Aber natürlich funktioniert so eine Zählaktion nur deshalb, weil viele freiwillige Naturfreunde mitmachen. Mehr als 30.000 sind jedes Jahr dabei und einer von ihnen der erst elfjährige Felix Frank aus Hirsbruck. Weitere Meldungen des Tages jetzt nochmal im Überblick. Franken ganz kompakt. Gar lustig ist die Jägerei, so kennen wir es noch aus dem Kinderlied. Aber ist sie wirklich so lustig, die Jagd? Fakt ist, die Jägerei boomt und auch immer mehr Frauen machen den Jagdschein. Was sind die Gründe dafür? Wir haben mal nachgefragt. Es ist ein neuer Markt, der erobert werden soll. Auch wenn der Herzogenauracher Sportartikelhersteller es nicht an die große Glocke hängen wollte. Bei einem Fachkongress kam es dann doch zur Sprache. Adidas will ab Herbst 2021 wieder größer ins Wintersportgeschäft einsteigen. Auch wenn der Schnee immer rarer wird. Die Eistigers, ja, denen kann das Eis nicht glatt genug sein. Die bewegen sich elegant über jede Fläche. Bei denjenigen, die heute Morgen Glatteis vor der Haustür hatten, war das. Da haben wir heute auch nochmal ein eisiges Foto rausgesucht. Der Helmut Rühl aus Ansbach hat uns dieses Winterstilleben geschickt. Schön, oder? Frost kann so schön sein, schreibt er dazu. Hat er natürlich recht. Also rein optisch auf jeden Fall. Vielen Dank für das tolle Foto. Machen Sie weiter so. Und allen anderen Dankeschön fürs Zuschauen. Das war es schon wieder von der Frankenschau aktuell. Wir sehen uns morgen, wenn Sie mögen, wieder. Einen fröhlichen Feierabend. Ade. Einen fröhlichen Feierabend. Musik